auch gut würde ich sagen die alle ich habe doch ich tut gerade aus der luft mecker zicke digga die feiten kommen aus die tüten ja warte warte wieder gepettet habe eine wirklich du bist so langsam die haben gegenseitig getötet ich bin ein netz und ich hab so aufs maul in der luft schon oder nämlich der die eins von beiden nämlich der die nämlich unter mir ist ich weiß leute kannst du mir helfen ich hab schlafen mein bein ich brauch jetzt hilfe das ist ein solo ich töte den das ist kein solo ich töte den nicht ich höre ihn trotzdem habe ich jetzt einfach zu mir 100 hast du so was den geraden ja glaube ich ich glaube ich schießt damit auf dich bis habe ich nicht hinten lassen durch hieß ja stimmt oh 70 quack 70 quack da 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 tarot das sind bros ja du warst tot geschallert von der karotte die fahrten und die feiten und die sind das einzige gute team glaube ich noch 77 das ein solo wir müssen jetzt töten der macht mit hm 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 mir auch mir direkt heim mir mir hilfe er ist nicht da ja das ich war ich wurde vom dino aufgefressen oder was ist weg mia die sind in der box 200 du machst bei mir war niemand natürlich das sogar noch ein anderes team da habe ich auch wieder geworfen wie jeder ein game hilfe also wirklich hier ist jemand direkt neben mir ja kommt folgt mir einfach hier hier hin ja dann gibt es so gut mich coach ja du bist auf der luft gestorben ja die wissen nicht wo ich bin und finish nicht ja habe ihn zum glück ich kann nicht mehr der übergang ist aus dann eine sekunde bringt nichts sind sowieso erst ein duo noch das fahr ich ja wohl ja wie noch wie lebt er noch ja er ist hier das ist ganz wichtig selby da müssen wir und kein problem ja gute runde von dir gab es freust du dich 50 erst mal und mir ja ich bin ich bin nicht so schnell nein ich will nicht geburtstag haben bist du kein baby ich will nicht geburtstag haben nö also sind einmal haben ihn geholt hier vorne sind leute bitte lauf mehr ich lasse ich ihn töten bitte er ist vollboxen er ist der schlechtste spieler mir die folgende menschen sterbe bitte 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 hier dich nicht bitte tötet ihn einfach mir bitte kommt zu mir hier und das nicht schafft sie zu töten nicht in alle drei das sind was genau so spielst du auch du bist genau so schlecht ja ja echt ich habe mich gerade zwei dinos jagen hilfe hilfe die hagen mich jetzt bewegt ich schätze auf mich ja das ist ein gegner wir zwei gegner gegen ein dino ich weiß nicht mal ob das gegner sind oder zweijährige die auf der nintendo spielen hat er die reiten sich zusammen alter bist du gut ja zwei wohnpumps waren das ja was willst du von mir du leuch was willst du von mir ja wir müssen ich mach so kommen ja bist du ein opfer ne hat ich mir mal gesagt ich bin nämlich großer herrscher kann ich nicht hier unendlich am b o ich kann dich hier unendlich am leben behalten ja du kriegst doch hier ich lass dich sterben wenn du da nicht raus gehst hilf mich nein hilf mich hilf mich hilf mich nein du bist kein herr du bist ein leuch großer herrscher danke lennart bitte du bist wirklich ein großer herrscher lennart bitte du bist ein leuch ok lass dich sterben nein ich schwöre ich geh mich jetzt einfach mit dich ich schwöre also das nervt das genau so sagt aber häzlen valoant bitte wie hast du 2 und hör auf du bist ein arschloch nein ich möchte nicht mehr ich bitte die runde nein nein nicht nein komm ich helfe dir ich bring dir den besseren loot ok komm ja flieg zu mir ich schwöre ich bring dir richtig gut loot oh mir ist das der muss ich aufhören dead mir nein ich möchte nicht mehr doch komm jetzt bitte ehrlich hier wird mich einfach bitte gegen glu golde waffen nimm die nimm das alles immer 24 schön mir der nächste kommt ok komm ich bring dir super loot komm ja da vorne ist ein gegner der tut mir leid der tut mir leid ich zieh keinen ich war ein gegner dran asakio my tv ja unter mir dead da ist der letzte oder das letzte darf ich töten darf ich töten ja das ist der vorletzte eigentlich gesniped wuhu wuhu abzählen sie das ja auch nicht siehst du ihn hm ich wusste es ich wollte gerade sagen er wird selber ein Spurm sterben let's go mia nein darf ihr alle mal ein like und ein abo dalassen das es das 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 Vielen Dank.